Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Heute seht ihr mal einen Farbvergleich zwischen dem weißen und dem schwarzen iPhone 6. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht es natürlich mit der Vorderseite und was beim weißen iPhone 6 natürlich sofort auffällt, man sieht das Display und ich weiß nicht, mir gefällt es nicht wirklich gut beim schwarzen iPhone 6, sieht man ja das Display nicht sofort, wenn man genau hinschaut, dann sieht man das Display auch. Das ist ja dann gar nicht das Thema, aber ich finde hier fällt es schon zu sehr auf. Man sieht eben wirklich immer das Display und ich weiß nicht, ich würde damit wirklich nicht glücklich werden. Und auch so von der Rückseite ist das weiße iPhone 6 Silber und das schwarze iPhone 6 soll Space Gray sein, aber ich würde sagen, es ist eben eine dunklere Variante von diesem Silber, das schon beim weißen iPhone 6 verwendet wurde. Also Space Gray, wie man es vom iPhone 5S kennt, erwartet euch hier nicht. Ja, trotzdem, es gefällt mir sehr gut, es wirkt edler als das weiße iPhone, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das Ganze wirkt einfach nicht mehr so wertig, wie man es schon vom iPhone 5S kannte. Beim iPhone 5S muss ich sagen, hat mir die weiße Variante im Nachhinein besser gefallen, aber hier hat sich das Ganze wirklich geändert. Das weiße Modell ist nicht wirklich mein Fall, man sieht eben das Display und beim schwarzen Modell ist es eben nicht sofort der Fall. Was man auch noch anmerken sollte, wenn man einen Film schaut mit dem schwarzen iPhone, dann stören die Ränder hier nicht so. Wenn man jetzt beim weißen iPhone einen Film schaut, könnte ich mir schon vorstellen, dass es mit der Zeit stört, dass wenn man hier immer so weiße Balken hat und hier den Film sieht, deswegen, wer Filme schaut, würde ich sagen, das schwarze iPhone eignet sich dazu besser. Wer aber gerne im Internet surft, der wird, glaube ich, mit dem weißen iPhone 6 mehr Freude haben. Da fallen die Balken einfach nicht mehr so auf, wie beim schwarzen. Was die Verarbeitungsqualität angeht, habe ich keinen Unterschied feststellen können. Beide Geräte sind wirklich einfach nur genial verarbeitet. Was ich halt sagen möchte, das weiße iPhone sieht irgendwie auch cool aus, aber ich finde, es wirkt lange nicht so edel wie das schwarze iPhone. Wem es gefällt, der kann auch gerne zum weißen greifen, ist auch ein tolles Gerät, gar keine Frage. Und auch so muss ich sagen, das iPhone 6 ist wirklich ein Top-Gerät. Ich habe keinen negativen Kritikpunkt, wenn ich ehrlich bin. Das Display ist sehr schön groß, die Kamera ist gut, iOS 8 ist auch ein cooles Betriebssystem, finde ich. Was mich ein bisschen stört, die Kamera, die steht eben so ein bisschen heraus. Das hätte ja noch besser sein können beim iPhone 6. Und die Antennenbalken, die hätten vielleicht aus Glas bestehen können, weil dieses Plastik passt einfach nicht zum gesamten Gerät, finde ich. Abschließend kann ich nur sagen, wer sich nicht in das weiße Modell verliebt hat, der wird damit, denke ich, nicht glücklich werden. Wer ein edles Modell sucht, der wird mit dem schwarzen Modell eher glücklicher werden, als mit dem weißen. Am besten wäre es trotzdem, wenn ihr euch das Ganze mal im Store anschaut und dann selber entscheidet, was das beste iPhone für euch ist. Dann würde ich sagen, war es das wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback in den Kommentaren ist wie immer gerne gesehen und würde mir sicher weiterhelfen. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.